Oh, Zagadu, nein! Renno! Seit wann ist euer Frankfurt-Schalke-Flop-Renno eigentlich so ein guter Bundesliga-Stammtorwart geworden? Seit wann denn das eigentlich? Was soll denn der Quark? Alter, fischt er den raus? Nochmal, Ito, schade. Aber wir machen das gut bisher, seitdem es ist. Gefällt mir. Vielleicht ist es ja gut, dass ich auch nicht im Stadion bin. Und das kurz auch oben zu beantworten kann, nochmal die Frage, habe es schon ein paar Mal erklärt, aber ich mache es nochmal. Drei Gründe. Nummer eins, scheiß Anschlusszeit, es fährt keine Bahn mehr zurück. Und ich muss zurück sein, weil morgen früh um 10 habe ich in Ansbach einen Kurs. Heißt, Option wäre gewesen normalerweise, ich gehe ins Stadion, fahre Montag früh um 7 nach Ansbach. Bin um kurz vor 9 da, alles entspannt. Problem ist aber Nummer 2, deswegen wäre es wichtig gewesen, dass ich noch eine Bahn gehabt hätte, die heimfährt, was er nicht mehr tut, wegen der scheiß Anschlusszeit. Ich habe Corona-Fälle in der Family und da macht es gerade weniger Sinn, das Haus zu betreten. Deswegen, ja, heute nicht. Schöner Ball auf Silas. Und vielleicht, wir zocken ja heute eigentlich mehr oder weniger eine Viererkette. Vielleicht ist das auch eine neue Idee, das wieder auf Dauer zu machen. Was im System zu ändern. Tomasch über rechts. Scharfer Ball rein, Gerasi! Boah, lecker mio. Die zweite gute Kopfballgelegenheit. Die erste hat er, Zagadou wurde von Renau richtig stark gehalten. Boah, schöne scharfe Flanke. Von Tomasch und Gerasi. Kommt ran. Knapp am Pfosten vorbei. Ja, genau. Ja, genau. Das wäre es jetzt gewesen, ey. Mit der ersten halben Aktion vor das Tor gefühlt. Mit der zweiten halben Aktion vor das Tor. Und der holt den Fallrückzieher raus. Das wäre doch jetzt, das wäre das perfekte VfB-Beispiel gewesen. Du machst gute erste Halbzeige, bist näher dran am 1 zu 0. Und kassierst dann am 45. einen Fallrückzieher von Union zu 0 zu 1. Das wäre doch jetzt das typischste gewesen, was es gibt, Alter. Hilfe, ey. Hilfe. Eck Ball Union. Ich hätte meinen Maul halten sollen. Ich hätte meinen Maul halten sollen. Junge, ich sag halt Real Talk vor einer Minute oder sowas, dass es hier einiges zu jinxen gibt. Wir haben noch kein Gegentor kassiert, noch nicht den Rekord eingestellt. Der ist jetzt eingestellt. 26 Heimspieler am Stück, mindestens ein Gegentor. Plus wir verlieren noch nicht, was aktuell der Punkt ist. Das ist halt einfach nicht verdient, Mann. Das ist halt einfach nicht verdient. Das hilft uns auch allen nix, aber es ist einfach nicht verdient. Wieder mal ein Sinnbild von dieser Saison. Es ist nicht verdient. Er fliegt ganz durch, der Freistoß. Tomasch. Rainer mit. Armada, Endo, Mafropanos, Pfosten, ihr wollt mich verarschen, Mann. Wollen wir noch ein paar mehr Sinnbilder für die Saison haben, bitte? Noch ein paar mehr? Eine Minute nach dem 0 zu 1. So eine Szene. Ich habe gerade so harte WN Wiesbaden Flashbacks bekommen bei der Szene. Wisst ihr noch, das 1 zu 2 von WN Wiesbaden, wo wir auch zwei Dreiseraktionen hatten, wo wir gefühlt von einer Minute viermal geschossen haben am 16er. Ey, dass halt da keiner ist und den reinstochert, ist halt echt wieder der helle Wahnsinn. Das ist der helle Wahnsinn, dass da keiner ist, der da den Ball reinstochert. Kannst du keinem erzählen, Mann. Ja, geil, Gerasi, Gelb-Rot. Ich kotze doch im Strahl. Und der Saison kommentiert es gar nicht. Ich habe es nicht mitbekommen, oder was? Gar kein Kommentar dazu. Ja, völlig verdiente gelbe Karte. Glückwunsch, Alter, Glückwunsch. Wie dumm ist das denn? Wie dumm ist das denn? Jetzt fällt dann gegen Borum auch noch Gerasi aus. Der Einzige, der da vorne so ein bisschen mal ein Scheunentor trifft, oder was? Eine gelb-rote Karte a la komplett dumm. Wirklich Marke komplett dumm. Weil die erste Gelbe fängt erst sich ein. Weil er auf den Schiedsrichter nicht hört. Der schuckt da irgendwen weg. Schiri sagt, komm mal her. Er rafft sich, er rafft sich, er rafft sich. Der hätte keine gelbe Karte bekommen, hätte er nicht. Ein Gespräch hätte er bekommen. Er hätte ein Gespräch bekommen mit dem Schiri. Er hätte nicht gelb gesehen. Er rafft sich, Schiri ist genervt hier gelb. Zweite zu Speck, kommt drauf, geht ab, gelb-rot. Und jetzt mal ehrlich, in welcher Scheiß-Welt schießen wir gegen Union Berlin in Unterzahl noch ein Tor jetzt bitte? In welcher Welt? Also ich bin nur noch gefrustet. Also wirklich wahr. Das Spiel hier ist einfach ein komplettes Sinnbild von der Saison. Komplettes Sinnbild von dieser Saison. Also, erste Halbzeit waren wir besser als Union, hatten zwei wirklich starke Kopfballchancen. Da kann einem einer mal reinfliegen. Tut's bei uns halt nicht. Das ist es halt auch. Zweite Halbzeit, ja. Beide ähnlich viel reingeworfen. Keine großen Torchancen. Da kassierst du auch typisch für diese Saison. Kassierst du deine scheiß Ecke. Muss halt nicht sein. Passiert halt. Dann fällt sich Gerasi noch eine völlig sinnbefreite gelb-rote Karte. Carasso ist auch gesperrt durch fünfte Gelbe. Damit kommst du, damit ist Carasso raus und Gerasi raus gegen Bochum. Wird auch super, super Voraussetzung schon mal. Aber das Spiel war gut. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Jeder Unioner, der hier am Mikrofon steht, sagt, mit dem 0-0 hätten wir auch leben können. Wir waren hier besser. Wir waren näher an einem Sieg dran als Union. Haben wir uns mindestens Punkt verdient. Aber wie gesagt, Sinnbild der Saison. Es hat nicht sein sollen. Kurz nach dem 0-1 von Union, diese Szene mit drei, vier Stochereien im 16er. Der Ball fliegt nicht rein. Wie gesagt, die Kopfwelle in der ersten Halbzeit. Es ist ein Sinnbild der Saison. Ich glaube nicht, dass der Trainer fliegt nach diesem Spiel. Auch die Aussagen, wir müssen das passen, da nicht dazu. Das passiert nicht. Hier ist immer, er bekommt bis Bochum. Bochum musst du gewinnen. Es wäre halt auch eine Trainerentlassung, die halt wirklich einfach nur spielerabhängig ist. Zu einem sehr großen Teil. Weil kein Trainer der Welt kann was dafür, dass du letzte Saison schon über weite Strecken, nächste Saison wieder, dass du einfach zu dumm bist vorm Tor. Der Trainer kann die Bälle nicht reinköpfen. Der kann die klaren Torschance nicht reinmachen. Da kann kein Trainer was dafür. Auch klar, Standards ist dumm. Ist komplett dumm, sowas zu kassieren. Musst du besser verteidigen. Aber der wird ja nicht seit drei Jahren keine Standards trainieren. Die Spieler werden schon wissen, was abgeht im 16er. Kriegen es aber nicht verteidigt. Das wäre ein zum sehr hohen Prozentsatz komplett spielerverschuldeter Trainer rauswurf. Der passiert auch jetzt noch nicht. Wo er passieren könnte, wäre nach einer Pleite nächste Woche gegen Bochum. Und das Hauptargument, was ich tatsächlich für eine Trainerentlassung hätte, ist das von einem Fußballgott. Das sage ich ganz ehrlich. Ist das vom Fußballgott. Es soll einfach nicht sein. Letzte Saison, diese Phase. Hoffenheim, Dortmund, Bielefeld. Wir haben wirklich gefühlt zehn Spiele ganz da aufnennen. Wo wir überall Punkte liegen lassen haben, obwohl wir eigentlich Chancen hatten. Chancenwucher des Todes. Diese Saison hat man auch Spiele, wo wir mehr Punkte hätten mitnehmen müssen nach dem Ertrag. Wie gesagt, diese Lücke zwischen Leistung und Ertrag klafft bei uns so krass, wie bei keinem anderen Bundesligisten. Deswegen bin ich da wirklich, wenn jemand will, dass der Trainer rausgeht, gehe ich da nur mit im Sinne von, es soll nicht sein. Es soll einfach nicht sein. Der Fußballgott will nicht, dass wir, ja, dass wir erfolgreich sind mit dem Fußball. Weil mit den Leistungen, auch die Leistung Union heute ist mindestens ein Punkt drin, wenn nicht sogar drei. Und du verlierst halt trotzdem noch und schwächst sogar zweimal noch intern im Team. Mit Gelbsperre und Gelbrot. Es soll nicht sein. Mein Hauptargument wäre, für eine Trainerentlassung, die, wie gesagt, ich nicht glaube, dass sie jetzt kommt. Sie würde nach Bochum vielleicht kommen, nächstes Jahr, wenn wir das auch noch verlieren sollten. Hauptargument für mich sind nicht die Leistungen, nicht taktisch, nicht blablabla, sondern wirklich, dass es offensichtlich seit zwei Saisons, auch diese Saison wieder, einfach ums Verrecken nicht sein soll. Dieses Spiel hier heute ist unverdient, dass du es verlierst. Das ist das, was mich heute echt so ein bisschen nebensächlich freuen kann, dass wir wirklich vorhin über 400 Zuschauer drin hatten. Komplett neuer Rekord hier am Start mit, also nicht komplett Rekord, wie gesagt, WM-Auslosung, Gruppenauslosung war irgendwie über 500, glaube ich. Aber für einen VfB-Stream absolut höchstes. Davor war irgendwie bei 270 oder sowas, als wir in München 4-0 verloren haben während der Corona-Phase. Deswegen, da geht Kuss raus an jeden, auch danke an jeden, der hier neu am Start ist. Aber kann mich natürlich auch nur so ein bisschen nebensächlich drüber freuen. Und wegen, da geht Kuss raus. OULD dan auch noch schlimmer Fool? heading